ja du hast auch mal klartext mit ihm gesprochen oder jaja aber der ist halt wie gesagt jetzt seit vier wochen krank weil ich eine leisten op hatte das ist auch eigentlich ein cooler dude so ja das ist halt oft so ne der typ ist cool aber ist der cool nur wenn es darum geht so so auf einmal voll lieb oder ist er also das ist ein guter mensch so aber halt man muss halt auch mal differenzieren zwischen privat und arbeit so deswegen also ich bin wenn ich auf arbeit bin bin ich halt auch rede ich auch anders mit ihm muss ich auch weil ich bin am ende nur angestellter aber ich fordere dann halt auch sachen sagt aber gesagt hat ja und wenn du halt mal zu spät kommst du kannst sag ich komme hier zurzeit auch mit absicht zu spät vor drei vier monaten da weil ich es hier nicht einsehe für das was wir hier machen und dann wenn mal irgendwas nicht läuft dann kommt ihr aus euren löchern gekrochen du deine tochter dein schwager dann kommt er aus eurem loch gekrochen und fangt an irgendwelchen scheiß zu labern ich sag aber wenn nichts ist und wir uns ihren arsch aufreißen da kommt weder ein dankeschön da kommt wenn wir dem umsatz schicken ja cool freut mich war ja ein starker tag hier okay danke für nichts das funktioniert dann aber wir haben schon nicht viel urlaub wir haben fünf wochen urlaub im jahr das ist nicht sein dann können wir drei wochen im jahr nehmen dann willst du mich verarschen alter das ist doch unnormal das ist einfach dumm dann braucht sich auch keiner beschweren da ist einfach so aber nur noch bogen dann habe ich stand auch montag frei ja dann Nice. Das war's für heute. 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 Und einer wollte mir erzählen, ja, ich bin Platin-Spieler. Alles klar bist du Platin-Spieler. Wenn du Platin-Spieler bist, dann bin ich Mutter Teresa. Jeder Platin-Spieler spielt besser. Der war nicht komplett eingebildet von sich und stand nach acht Minuten zwei Level behind. Und ist aber Platin-Spieler. Alles klar. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich bin jetzt mal unehrenhaft im Spiel. Einfach Heimdall, weil er noch offen war. Halt, du hier. Ah, der hat aber Skadi gepickt. Der Carry von Dane. Das war's für heute. Ich würde eigentlich cool spielen, aber... Ist das denn eigentlich noch da? Ich höre eigentlich. nicht länger. Gal brauche ich das in Ordnung rausgehen. Und schon mal eine Core-Marie. Jahre alt sind. Das ist schön. Oh, they haven't missed down. Das ist so retarded, Alter. Aber die andere ist genug. Ja, das bin ich trotzdem noch zu stark. Echt, haben die den gelurft? Wen? Welches Damage haben die gelurft? Jetzt schon? Es ist immer noch zu wenig, Digga. Ja. Das ist übelst broken. Warte mal. Immer noch 61. Oh. Au. Das war mein Best. Fuck. Das ist okay, Leute. Late Game, Late Game will frag. Alles ist chill, Alter. Alles ist chill, Alter. Weißt du, was schlecht ist? Ich war schade zu ihm. Oh. Das. Dann verdienst du es, Alter. Was ist das eigentlich für eine schöne Mucke, Alter? Cool. Was bist du bei Mr.Bot aus? Nein, nein. Du bist übel gechillt, Alter. Du bist geil aus total, Alter. Was sollst du bei mir, Tester? Not die, ich möchte mit ihm herausfinden. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh. 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 Oh, okay, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, schade. Das war's für heute. Hach nie mitz Ach schade Oh, no. xD Das ist nur Karma, Mann. Pure Karma. He's so fucking smart, dude. Why is there smart people playing at this time? Get him, Thor, get him. Please spam left, please. Spam left, spam left. Uh... I can ult to mid. Nejar has ult. They put me in here. Agni, 50%. Okay, he got heal. I forget. Thor is not in the voice. Nice. I can't answer and crash everybody. Nice. Go and ult. Go and ult and transform. Currently in this set. Noooo. Nice. What? What? OG- Hey. Ah, Agni dash to the tower... what the fuck. ... ... ... ... ... um sorry man Ja. Ich bin jetzt. Ich bin jetzt. Oh oh, das ist ein Transformer. Ja. Naaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Ich empfehle mich für die Schade-Control, aber wenn ich 10 habe, kann ich es sehen. Was ist das? Was ist das? Ich kann nur ein alt, ich kann nur ein nöger sein. Ich will den Auge öffnen, wenn ich beide rauskomme. Ok, am Platz... Krut. Er priority. Versteuer. Lied. Er kann und es sich nicht mehr mitšechnen. Ich will den Rennen. F conjunto mit dem und kein glättern. Ich verstehe. Nijaz kommt Nijaz kommt Nijaz kommt Nijaz kommt Nijaz kommt Ok, ok, ok Ich habe keine Wahl, ich bin zu tief Ok, ok Osir Führst du den Ne, nein, nein Ne, nein Ne, nein, nein Oh man that voice is just beautiful. Thank you, thank you. Practice makes perfect. I'm bad. Can you cover me on her while the ward is in my room? I'm on my way, I'm on my way. Wait, wait. Okay. Okay. Archnie I guess. Let me hit Naja after a fucking million. There's a lot of assaults. Yes. Yeah, you have two for two to take the win. Oh yeah man, that guy's a god. Yes. Okay. Yeah. Das war's für heute. 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 Yeah, fuck, they're playing so passive, like, some passive-aggressive ex-girlfriend kind of bullshit. Oh my god, I'm gonna laugh so hard when we win. Can you promise to laugh after we win? What do you mean? Left, after we win? Yeah. Spin left. Ah, okay. Defend Phoenix, don't fight for towers. What the fuck, it's the blinks. Blink and ult. Can you guys hold this for my back? Don't die for it. We shouldn't fight for it. We shouldn't fight for towers, dude. We should fight for towers, dude. Yeah, 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 let's go back. Go back to tower. Does someone have a ward? Can you ward here? No problem. No problem. No problem. No problem. No problem. No problem. Can you get the divine on, Ku Klulkanen? Yeah, actually good call, good call. I'm gonna sell the game. Yeah, thanks, dude. Oh shit, the hell yeah. Sorry Nance, it's a little late for me to play this game. It's fine. Oh, there are beams! There are beams! On her! What the f... Don't die, man! Don't die! Don't die! He died, Titan. How can he beat the edges? No! No! Please, nerd! Do you need this fucking wave? No. Dude, wait! Is it even up? Nah, it's still not up. What the f... Okay, I'm getting Hotsika. If I stay alive, man, if I stay alive, they can't win. Fucking Agni and Kukulan dashed me. Ignore that stupid tree, Ian. Keep me alive. Not because I'm cool and I have a big penis, but because I'm Kukul and I think I can camp. Eh, you shouldn't be out of position then, then it's no problem. I was here, man, look. Agni dashed me because he saw an opening. To be honest, I would do the same thing, but... Oh, it's Chewie! Hey, that guy. Decent player. Yeah, just give them fire. We have to stay here. Okay. But if you lose one more Phoenix, I'll just get back. All I can say is that. Please don't die, please. Hey, it's a lot too hard to win. It's a lot too hard to win. It's a lot too hard to win. And you get too little. Yeah. Here comes Nejablink Gold. No, they're doing Oni. Okay. I don't mean to tell you what to build. Because obviously you're doing good. But don't you think you should have execution on like late game or like... some attack speed? No, I have my passive, I have enough attack speed. I'm going for ability base, bro. I just want to burst them. When I have enough gold for boots, I will sell them. Okay. Okay. Turn beats. Nejla is like clicking for me. Turn beats? Yeah. Nice. Gang left, gang left. What's up? He's getting here. What's up, Chimmy? Oh, this is still a tough game. Oh, yeah. Oh shit. Just don't cut it, I need to hear one more. So, I don't believe I got a little... Irgendwie Das ist gar nicht fucked halt mega halb irgendwie Sylvana's Blink Sylvana's Blink Aber... Welt-Game ist heim da halt auch Mehr auf Daten, das ist fucked Mal gucken Kommt da ein bisschen drauf an wie das Team jetzt drum rum spielt aber... Ah, ich glaub wir haben verloren Ja Yes, yes, yes Jo Okay, Comrade, ich geh mit Ich töte die Allgemeine Oh, nein, Comrade, ich töte die Allgemeine Nein, nein, Comrade, ich töte die Allgemeine Hallo Ah, er müsste wieder aus der Position Ich bin wieder Ja, man, ich war für die Wave Mhm Es ist mein Falsch Ich denke Naja wird auf so fast Es ist okay, Naja Ich will happily accept the report after this Ich werde die Zerber reports Fuckin trolling If you seem nice enough Do you have a big penis? No, he is normal Nein, he is average Minus average Zernode So nochmal noch mal Ich bin ein Wettbewerb, ich bin ein Wettbewerb. Ja, ich bin pausen, aber es ist nicht der beste Spiel, du weißt, es funktioniert nicht immer. Du bist richtig, ich denke, es ist Thor, vielleicht. Das war's quick. Ich werde Eiser gehen, wenn ich es kann. Wenn wir überleben können, dann wäre das fantastisch. Das ist Sylvana's ult. Er war zu blinken, er war zu blinken. Er ist mit halb HP. Ich werde mich in der Mitte bleiben. Ich werde mich in der Mitte bleiben. Ja, das ist ein Halt. Das ist ein Halt. Das ist ein Halt, du bist. Kommt, Semenal. Ich werde mich in der Mitte bleiben. Cucune ist ziemlich hoch. Wir haben den Phoenix, das ist gut. Ich bin zurück. Ich bin jeden Fall, ich habe einen Halt. Ich habe diese, aber... Ich bin nicht sicher, wir sollten nicht aufhören, ich habe keinen Ult. 20 Sekunden. Kann ich die Reden? Ich werde nicht die Reden nehmen. Ich werde nicht die Reden nehmen. Ich werde nicht die Reden nehmen. Du hast mehr overall damage, aber ich denke jetzt, ich werde starten. Ja, das ist gut. Ich werde nicht die Reden nehmen nehmen. Du bist so nicht toxisch. Was? Du bist so nicht toxisch. Ich bin sorry. Okay. Nein! Es ist okay, der Bede hat man, der Bede hat man. 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 Bis zum Der Bede hat die Sekunde. Ok, so ist alles weg. Was ist das? Sej hat 942 damage. Ja, du kannst ihn enden, wenn du ihn töst. Nein! Nein, du kannst nicht enden, du kannst nicht enden. Du kannst nur Fenix nehmen. Nein, du kannst auch Fenix nehmen. Fenix nehmen. Cardi Giant hat Spawn, yo. Sollte du versuchen zu contestieren? Ich denke wir versuchen zu contestieren. Lass uns die Gruppe aufblicken. Watch out for Sylvanas Blink. Nein, ich weiß nicht. Es gibt keine Sound-Tone. Nice. Sylvanas Blink. Was? Ach, Yvonne. Alter. Wie traurig. Wie traurig, Alter. Die waren halt so low, Alter. Merkury, Alter. Oh man. They can't do Farajent in this state. Can they? Oh, they're trying to land. Some motherfuckers should be dead, some motherfuckers should be dead, come on. Oh, you son of a bitch. I'm gonna chase. Yeah, I'm there. Be careful, I'm trying to get Cocoon. He's annoying. Agni beads. Okay. Agni is 100%. Agni dash. F**king c***ing rude. Oh, god. Naja ult. Im dead. Nice. I need healing. Don't kill the minions. NIE, 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 NIE! Guys, let me heal on minions, please! Ich habe Pensock für meine Oltz. Fickt euch! Fickt euch! Fickt euch, mein Herzen! Fickt euch! Fickt euch! Diese Worte sind für uns von großer Bedeutung. Sie helfen uns, das auszudrücken, was wir als Firma anders sehen als andere.